Abit 2020, Teil mit Hilfsmittel, die erste Anwendungsaufgabe mit dem Wasser zu Abfluss. Also wir haben hier diese Funktion V, gibt dem Wasser zu einen Abfluss an. Positive Werte deuten auf Wasserzufluss hin, hier und hier und negative auf Abfluss. Das heißt, am Anfang haben wir einen starken Zufluss von so 180 m³ pro Stunde. Immer noch Zufluss, leichter. Hier haben wir weder zu noch Abfluss. Da bleibt das Wasser gleich nach 5 Stunden und dann haben wir Abfluss, Abfluss, Abfluss. Hier haben wir den stärksten Abfluss, T gleich 14 oder wo das hier ist. Immer noch einen Abfluss bis 20 und dann haben wir nur noch Zufluss. Aufgabe 2.1. Nehmen Sie Stellung, es gibt einen Zeitpunkt, an dem 280 m³ pro Stunde abfließen. 280 m³, das heißt, der Abfluss müsste hier unten sein, so weit runter, geht die Kurve aber gar nicht. Der größte Abfluss haben wir ja hier in T gleich 14, der liegt bei ca. 240 m³ pro Stunde. Aussage falsch. Steht ja auch hier. Ja, genau. Minus 240. Dann nächste. Geben Sie den maximalen Wasserzufluss und den dazugehörigen Zeitpunkt an. Wo haben wir denn hier den maximalen Wasserzufluss? Wo ist denn die Kurve am weitesten oben? Natürlich hier. Das heißt, die Funktion ist auch definiert von 0 bis 24. Anders nach 24 Stunden, also hier, setze ich 24 einfach hier ein in den Funktionsterm und dann habe ich den maximalen Wasserzufluss. So steht es auch in der Lösung. Also V von 24, wenn man 24 einsetzt, kommt 540 raus. Genau. Okay, geht ja noch alles, glaube ich, oder? Dann 2.2. Berechnen Sie den Wert des Wasserzuflusses zu Beginn der Beobachtung und wie viele Minuten vergehen, bis V diesen Wert erneut erreicht. Also, jetzt müssen wir diesen Wert berechnen und dann überlegen, was sind das hier? Irgendwie berechnen wir gleich zwischen 150, also 180 oder sowas. Und dann berechnen, wie viel Zeit vergeht, bis wir wieder auf 180 sind. Also, da müsste irgendwie was Größeres wie 20 rauskommen. Okay, wie funktioniert das? Also, erst mal 0 einsetzen, kommt wirklich 180 raus. Und dann ist da die Frage, wann haben wir denn wieder 180? Wann ist der Y-Wert bei 180? Also, hier ist der Funktionstermal eingesetzt von der Funktion V. Ihr werdet jetzt ein bisschen anders rechnen wie hier, aber letzten Endes müssen wir aufs Gleiche kommen. Dann habe ich hier die Klammer ausmolifiziert, dann war ich hier. So, und jetzt muss man einmal kurz das sehen, oder ihr werdet es bestimmt anders gerechnet haben. Wenn ihr rechnet, ein Viertel mal 720, gibt es genau 180. Und wenn ihr dann habt, dann habt ihr auf beide Seiten 180 stehen. Mit minus 180 sind dann beide weg. Und dann sind wir hier und sind in der guten Situation, dass der einzige Summand ohne T, also ohne Variable, rausgeflogen ist. Wir wissen schon, dass jetzt alle ein T haben und wir können T ausklammern und damit den Satz vom Nullprodukt anwenden. Weil, wenn da jetzt noch ein Absolutglied dabei wäre, eine Zahl ohne X, ohne T, dann könnte man die Gleichung gar nicht lösen. Aber jetzt funktioniert es. Ich hoffe, ihr habt richtig gerechnet und seid bis dahin gekommen, weil, wenn ihr euch dann verrechnet habt, könnt ihr die Gleichung gar nicht mehr von Hand lösen. Also, jetzt sind wir hier, wenden wir den Satz vom Nullprodukt an. Dann, erste Lösung, also die ein Viertel, können wir sozusagen dazu in Gedanken dazuzählen oder gleich rausstreichen. Das Produkt ist Null, wenn T Null ist, weil dann wird hier alles Null. Erste Lösung oder zweite Lösung, wenn dieser Term hier den Wert Null hat. So, und dann müssen wir das natürlich noch genauer bestimmen. Also, das T, wir haben ja gefragt, wo hat denn die Funktion Y-Wert 180? Die Gleichung sagt bei T gleich Null, das wissen wir ja schon, aber wir brauchen ja den anderen Zeitpunkt. Dann müsst ihr eure gute alte Mitternachtsformel rausgraben, ABC oder PQ-Formel. Bei PQ-Formel geht es genauso, der wäre jetzt halt eben P minus 20 und Q minus 36. ABC-Formel ist hier dargestellt, minus minus 20 plus minus Wurzel aus 20 im Quadrat plus 4 mal 36 durch 2 mal A. Und dann ist einfach eine kurze Recheneinheit, jetzt geht hier das Tablet nicht mehr, jetzt geht es wieder. Okay, wird hier einfach kurz mit dem Taschenrechner ausrechnen, 21,66. Das heißt, so haben wir es uns da vorgestellt, wann liegen die 180 zu Beginn wieder vor? Na, ungefähr hier, 21,66. Okay, also es vergehen also 21,66 Stunden, bis das wieder passiert. Eigentlich muss man es noch in Minuten umrechnen, steht in der Aufgabe, also dieser Wert hier mal 60 nehmen, kommt circa 1300 raus. Okay, letzte Teilfrage, drei Punkte. 20 Stunden nach Beobachtungsbeginn befinden sich 1000 Kubikmeter im Wasserbecken. Also zu dem Zeitpunkt hier sind noch 1000 da. Diese Kurve gibt ja nicht den Bestand an Wasser im Becken an, die gibt ja nur an, wie sich es geändert hat. Wir hatten ja, wie gesagt, die erste 5 Stunden hatten wir Zufluss und dann hatten wir aber 15 Stunden lang Abfluss und am Ende sind noch 1000 da. Das heißt, wir müssen jetzt berechnen, wie viel zu Beginn da war. Wir sollten wissen, wie viel Wasser dann insgesamt, wir hatten ja hier in den 20 Stunden netto gesehen, einen Abfluss, weil der Abfluss größer ist als der Zufluss. Wir müssen jetzt einfach ausrechnen, wie viel Wasser netto abgeflossen ist. Und wenn wir dann wissen, dass 1000 noch drin sind, dann können wir doch diesen Nettoabfluss sozusagen noch zu der 1000 dazuzählen und dann haben wir den Bestand im Becken, der zum Zeitpunkt 0 da war. So habe ich es, glaube ich, auch aufgeschrieben. Durch das Integral über V von T im Intervall 0 bis 20 erhält man die effektiv abgeflossene Wassermenge aus der Summe dieses Betrages und der in T gleich 20 noch vorhandenen Wassermenge von 1000 erhält man die zu Beginn vorhandene Wassermenge. Okay, also jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir müssen das nur näherungsweise angeben. Das heißt, ihr könntet jetzt einfach durchintegrieren, von 0 bis 20, einfach über diese Funktion durchintegrieren. Natürlich eine ganz schöne Rechenarbeit. Dann werden ja diese positive Fläche minus die negative Fläche gerechnet. Da kriegt ihr einen Minuswert raus, was ihr aber auch wollt. Wir haben ja auch einen Nettoabfluss. Also hier macht es komplett Sinn, einfach von 0 bis 20 durchzuintegrieren. Wenn ihr das tut, dann müsstet ihr kommen, das steht jetzt hier, der Rechenweg nicht so einzeln drin, auf minus 1533. Ihr könntet auch die Flächen berechnen dadurch, dass ihr hier so Dreieckerei legt. Das steht ganz unten auf der nächsten Seite. Einfach überlegen, wie groß ist denn der Flächeninhalt ungefähr? 1,5 mal 5 mal 180, das ist der Zufluss. Und 1,5 mal 15 mal, was sind wir hier bei 240, das ist der Abfluss. Und das miteinander verrechnen geht genauso. Moment, wo ist es? Ganz unten hier. So, und letzte Möglichkeit, dritte Möglichkeit wäre, dass ihr Kästchen zählen tut. Ihr könntet praktisch einfach, ich mache es jetzt nicht im Detail vor, so ein Kästchen hier, das sind 4 mal 100, das sind 400 Kubikmeter. Dann haben wir hier einen Zufluss von knapp 400, dann haben wir hier nochmal ein bisschen was. Insgesamt haben wir so knapp zwei Kästchen, also knapp 800 Kubikmeter Zufluss. Und dann zählt ihr die Kästchen hier und zieht es eben ab. Das müsst ihr mal in Ruhe dann machen und einen Farbstift nehmen oder sowas. Insgesamt habt ihr dann, werden vier von diesen großen Kästchen mehr abgezogen als dazukommen. Das heißt, wir haben circa 1600 Abfluss insgesamt. Also die Werte liegen ja nah beieinander, minus 1600, minus 1533, minus 1680. Genauer muss es auch nicht sein. Letzten Ende sind ungefähr 1600 abgeflossen in der Zeit. 1000 sind am Ende noch da. Dann waren doch zu Beginn circa 2600 Kubikmeter Wasser da.